Aber wie scheiße war das denn jetzt? Kacke Wir sollten uns auf jeden Fall brauchen, mal was zu essen schnappen Wie essen wir eigentlich mit der Peitsche? Ah, ok Gut, jetzt haben wir wenigstens, dass wir wieder volles Leben Halt, apropos Leben, liebe Freunde Wo war denn das? Wo war denn das? Ne, Scheiße, das haben wir schon Mist Hmmmm Wenn man bei Muskelkraft heißt doch eigentlich Ja, damit wir die Sachen weiter werfen können Ja, damit wir die Sachen weiter werfen können Das nehmen wir uns gleich mal Das hört sich doch sehr sehr gut an Und Darno Darno Daneben Ok, hätten wir das schonmal Hey, haben wir doch schon gemacht Verziehen wir mal was Neues So Hallo, wir sind ja hier jetzt gar nicht im Safe Room Oh Es ist in X now Ja, Moth contact mit Patrol Alpha Juliet, Sir So 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 Ok, ich schwottelte eigentlich nur darauf Ach, das steckt da unten drin Bringt das was? Ne, auch klar Schon angenehmer Ganz schon Oh, jetzt sind wir ja schon in den Billionen Davor waren wir ja nur in den Millionen Nicht schlecht, nicht schlecht Oh, New York Oh, 20% der Menschen sind nun schon infiziert Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll Jetzt machen wir erstmal was anderes außer der Story Machen wir erstmal so ein Event Was, der Typ ist das Event? Aha, ok Hä? Ok, jetzt müssen wir uns beeilen Also wir müssen uns jetzt in einer gewissen Zeit Die markierten Personen Verspeisen Und dazu müssen wir uns ganz schön beeilen Ok Oh, kommt schon Ich habe jetzt Aber ich weiß gar nicht, ob das Ach doch Zwei von dreien Sehr gut Ich kann schon den letzten Mal Wir haben ihn wohl noch kriegen Und einfach nur noch drauf zuhalten Ach, der ist am Wasser Das heißt, dass es da was sein sollte Aber es sieht sehr gut aus, dass es was ist Ja, es ist Wasser Halt die Klappe und komm her Jawohl Event gemeistert Ein komisches Event So Okay, also wenn man wahrscheinlich Ähm, jetzt ist es gibt zehn Stück Wahrscheinlich wenn man die Zähne hat Dann gibt es was besonderes Würde ich jetzt mir so mal denken Mal gucken, was dieses infizierten Zeug ist Also hier dieses Biochemiezeichen Wir haben eine gewisse Zeit Wir haben drei Minuten dreißig Zeit Um so ein Hive zu killen Das ist nicht wahr Das packen wir doch eh nie Das schaffen wir nie im Leben Letzt in drei Minuten Oh mein, oh mein Da müssen wir uns aber beeilen Oder sollen wir den erreichen Ne, da stand ja doch Wir sollen ihn zerstören Und ich meine Wir nehmen ja jetzt schon Den kürzesten Weg Über die Däscher Ah, wenn wir in der Nähe Von so einem Hive sind Färbt sich das alles Röglisch Ja, aber wie soll ich den Hive jetzt bitte schön zerstören Oh Siehst du, ist das hier gerade richtig Oder ist hier irgendwo ein Panzer Hey, hier ist ja irgendwo so ein dicker Bubble Gut, das weiß ich, was der dicker Bubble ist Okay, wir haben keine Zeit für die Hunter Wir müssen uns Okay, wir brauchen noch einen Wir brauchen noch einen Wo ist noch einer? Ach, geht denn einfach Den Beugen fällt ganz schön viel aus Oh 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 Ich habe eine Situation hier Killbox at my 12 Du musst den Händen supporten Erstmal entgegen Und Jawohl Krass Hallo, das ging ja nur Ich habe mit einem Panzer so schnell Cool So Gut, ich denke, ich wollte eine Aufnahmepause machen Wie nach jeder Mission Weil das Problem nämlich am Prototype ist Prototype ist für mich sehr aufwendig zu rendern Und alles, weil ich muss den Ton nach bearbeiten Ich muss dies, ich muss das Ja, ja, alles nicht so einfach Moment, ist das jetzt ja Okay, ja, gut Wir haben echt wenig Geld Wenig Erfahrungspunkte, wollte ich jetzt sagen Oder Nee, haben wir nicht Wir haben extrem viel Wie Wie Gucken wir uns das Und jetzt speichern wir Und 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 jetzt Ah, jetzt Jetzt speichern wir Und Damit verabschiede ich mich Ja, sicher Vielen Dank.